Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In einem meiner letzten Videos habt ihr gesehen, welche neuen Funktionen die Magix Video Deluxe 2020 Version mit sich bringt. Das verlinke ich euch auch hier oben in der Ecke nochmal. Und mich erreicht immer wieder die Frage, ich möchte jetzt mit Magix Video Deluxe starten, ich weiß aber nicht, welche Version ich nehmen soll. Es gibt verschiedene Varianten. Video Deluxe ohne alles, Video Deluxe Plus, Video Deluxe Premium, Video Deluxe Control und es gibt auch noch die große Variante Magix Video Pro X. Und dann stellt man sich zurecht die Frage, welche Version passt denn jetzt zu mir? Das Video heute soll euch helfen, sehr schnell eine Entscheidung treffen zu können. Und ihr sollt aus meiner ersten falschen Entscheidung, die ich hier getroffen habe, auch lernen, das heißt meine Erfahrung hier für euch, um direkt auch mit der richtigen Version zu starten. Ich habe das Video so aufgebaut, dass ich zunächst die offensichtlichsten Unterschiede nenne, so dass ihr eventuell da schon sagen könnt, hey, genau die Version passt jetzt zu mir. Und wenn ihr weiter dran bleibt, gehe ich aber auch nochmal die Vergleichsliste durch, die ich hier auch schon habe, wo alle Versionen miteinander verglichen werden und wir gehen auf die einzelnen Punkte, zumindest auf die wichtigsten Punkte nochmal ein. Egal für welche Version ihr euch entscheiden möchtet, ob es hier der günstige Einstieg für 69,99 Euro ist oder die Control Version für 149 Euro oder aber auch Video Pro X für ca. 399 Euro. Ich versuche euch auf jeden Fall hier nochmal eine günstige Kaufoption zu bieten, wenn ihr über den Link in meinem Video bestellt, den ihr hier in der Beschreibung unter den Videos findet, das heißt hier geht ihr rauf, klickt auf mehr ansehen und hier findet ihr einen Link auf die Magix Video Deluxe Seite und ich packe euch hier in diesem Text auch einen Rabattcode mit rein. Der ändert sich ständig und wenn ihr den eingebt, erhaltet ihr nochmal, ihr seht es, bis zu 20% Rabatt auf den Kauf dieses Produktes. Okay, starten wir nun mit dem schnellen Überblick. Ihr seht, wenn ich hier auf die verschiedenen Versionen klicke, ändern sich hier unten auch die Inhalte, das heißt anhand dessen kann man schon sehen, was so die Unterschiede sind. Aber wenn wir auf der Webseite ganz nach unten scrollen, haben wir noch eine schöne Vergleichsübersicht zwischen diesen verschiedenen Versionen. Die reine Deluxe Version und damit habe ich auch gestartet, reicht um normale Schnipsel von Filmen aneinander zu reihen, mit Überblendungen zu arbeiten und kleine schöne Filme zu erstellen. Wir haben auch hier schon die Vegas Bildstabilisierung mit drin, wir haben 4K Export ist da möglich und ihr bekommt ein rundes Paket, mit dem man bis zu einer gewissen Tiefe seine Videos bearbeiten kann. Und die Funktionen sind auch vollständig. Die habe ich wie gesagt am Anfang auch benutzt, aber um das vorwegzunehmen, ich bin dann sofort auf die Premium Version gegangen, aber die Gründe kommen dann später nochmal. Aber das hier ein solides Produkt zum Starten, gerade wenn ich die Ansprüche ein bisschen weiter unten habe und noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung ich gehen möchte, wie tief das Ganze gehen soll und ob Videobearbeitung für mich etwas ist, kann ich mit dieser kleinen Version starten. Die mittlere Version ist Video Deluxe Plus und hier sieht man schon deutlich, dass eine Vielzahl von Effekten, Vorlagen etc. dazugekommen ist, die ich dann in meinen Videos verwenden kann, um zum Beispiel in Bildern irgendwas Bestimmtes einblenden zu können. Bestimmte Überschriften oder so, bewegte Bauchbinden, also dieser Einfliegetext, den ihr bei mir auch immer seht etc. Davon wie gesagt eine ganze Menge mehr an Möglichkeiten, die mitgeliefert werden. Wir haben im Bereich der Farbkorrektur und verschiedene Filmlooks, also verschiedene komplette vorgefertigte Pakete von sogenannten LUTs, also LUTs habt ihr sicherlich schon mal gehört, um eine Farbkorrektur an Filmen vorzunehmen. Und hier habt ihr schon vorgefertigte Pakete, die ihr so auf euren Film anwenden könnt. Ich glaube es sind 15 Stück, die eurem Film also einen ganz anderen Touch geben können. Das heißt, wenn es euch so ein bisschen auf Farbkorrektur und in Richtung Cinematik, Kino, Look ähnliche Filme geht, dann solltet ihr auf jeden Fall hier bei der Plus Version starten, weil diese Funktion erst hier ab der Plus Version mit drin ist. Der nächste Punkt, der es unterscheidet sind hier Multicam und 360 Grad Editing, also wenn ihr 360 Grad Kameras habt, könnt ihr das komplette 360 Grad Video hier in Video Deluxe Plus auch editieren. Und Multicam bedeutet, ihr macht die gleiche Szene aus verschiedenen Blickwinkeln mit mehreren Kameras und könnt einfach zwischen den Kameras immer hin und her schalten. Und müsst nicht alle Clips gleichzeitig importieren auf die Spuren schieben und dann mühevoll in jeder Spur schneiden, sondern ihr könnt einfach per Mausklick auf die nächste Kamera umschwenken und seid dann fertig. Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, falls ihr mit mehreren Kameras gleichzeitig filmen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall mit der Plus Version starten. Dann schneiden und trimmen, auch ein super, super Feature findet ihr auch in meinem Video zur Version 2020, genauso wie das automatische Entfernen von Lücken zwischen den einzelnen Filmschnipseln. Was ihr sonst durch mühevolles Hin- und Herschieben der Clips manuell entfernen müsst, könnt ihr hier automatisch machen. Und für alle, die Reisevideos drehen wollen mit so einer Reiseroutenanimation, auch das findet ihr in dem Video zu Video Deluxe 2020. Wer da also was machen will, ist auf jeden Fall mindestens bei der Version Plus und sollte auch damit starten. Und das Ganze, was in der Plus Version ist, das ist dann auch in der Premium Version enthalten. Also ihr seht von den Funktionen hier, das ist alles komplett identisch. Wir gehen jetzt nachher in der Detailansicht nochmal durch. Was ihr aber hier dabei habt, sind noch verschiedene Plugins. Ein paar davon können für euch vielleicht echt hilfreich sein. Hier den Titler für so animierte Titel zu erstellen, zeige ich auch in dem anderen Video, was ich schon angesprochen habe. Wenn ihr hier zusätzlich den Betrag noch ausgeben möchtet, dann bekommt ihr teilweise sehr, sehr gute Add-ons mit dazu, die ihr dann für eure Filme nutzen könnt. Und für mich war das letztendlich direkt die Version, die ich genommen habe, nachdem ich ein kurzes Gastspiel hier für ein paar Monaten mit Video Deluxe ohne alles hatte. Und bin wie gesagt dann auf die Premium Version gewechselt. Um da nochmal vorzugreifen, ein wichtiger Punkt war für mich hier auch die Bildschirmaufnahme. Also das, was ich jetzt im Moment hier mache, ich kann so ein Screen Recording machen und das geht auch erst in der Version Plus oder aufwärts. Diese Video Deluxe Control ist vom Prinzip her die Premium Version inklusive dieser Tastatur, die, ihr seht es hier, verschiedene Funktionen, die ich im Videoschnitt brauche, direkt farblich unterteilt nach Gruppen auf der Tastatur vorbelegt habe. Damit habe ich zum Beispiel die Tasten vielleicht für den Schnitt in grün. Ich habe hier Start, Stop auf der Leertaste in orange, also sagen wir die Wiedergabeoptionen, vielleicht alle in orange, das Layout von meinem Schnittprogramm hier in magenta Farben. Also das ist alles hier vorgefertigt und unterteilt. Ansonsten ist aber nichts anders. Das heißt, die Tastenbelegung könnt ihr auch hier in Video Deluxe einstellen und somit könnt ihr auch mit eurer normalen Tastatur natürlich genau die gleichen Befehle nutzen. Da ist diese Tastatur nicht anders. Ich brauchte die nicht, denn ich hätte sicherlich auch nicht jedes Mal die Tastatur umgesteckt, nur um diese farbliche Unterteilung zu haben. Wenn euch das beim Schnitt hilft und ihr schneller seid damit, dann solltet ihr euch das überlegen und euch diese Video Deluxe Control Version anschauen. Wie gesagt, funktional ist das genau die gleiche Version wie Premium. Jetzt fehlt noch eine Version hier und das ist Magix Video Pro X. Das ist die große Version, die werden wir auch gleich hier im Produktvergleich uns nochmal anschauen, also die hier. Und für die Version gibt es für mich drei ausschlaggebende Gründe, die es von Video Deluxe Premium unterscheiden. Zum einen ist das der Bereich Color Grading, also diese erweiterte Farbkorrektur, die Farbbearbeitung innerhalb von Videos. Das ist hier deutlich detaillierter machbar. Das heißt, hier habe ich wirklich ganz, ganz feine Einstellungsmöglichkeiten, die sehr weit über das hinausgehen, was Video Deluxe bietet. Des Weiteren habe ich hier einen zweiten Vorschau-Monitor. Das heißt, ich habe einmal die Videosequenz, die ich bearbeiten möchte im Urzustand und daneben direkt die Version, die ich schon mit einem Filter bearbeitet habe. Somit sehe ich direkt den Vergleich von meinem Ursprungsvideo zu dem bearbeiteten Video und kann mich da schon entscheiden, hey, sieht das besser aus als vorher oder schlechter. Und der dritte Punkt ist generell das Layout der Bearbeitungsoberfläche. Das bedeutet, ihr habt kleinere Schaltflächen, dadurch passt mehr Inhalt auf eure Videoschnitt-Gesamtseite in der grafischen Oberfläche des Programms und ihr könnt somit aus meiner Sicht effizienter arbeiten. Weil bei Video Deluxe sind die Bedienelemente teilweise recht groß und verbrauchen etwas viel Platz vom Bildschirm im direkten Vergleich. Also das hat nichts mit der Funktionalität zu tun, dieses Argument, aber kann durchaus für den einen oder anderen schon hilfreich sein, weil es einfach viel mehr Übersicht schafft. So, das soll es mal zum schnellen Vergleich sein, ohne jetzt jede einzelne Funktion auszupacken, damit ihr grob wisst, in welche Richtung es geht. Wir schauen uns jetzt aber nochmal für die, die dranbleiben möchten, die einzelnen Funktionen der verschiedenen Editionen an. Falls ihr bestimmte Einzelpunkte sucht, zu denen ihr euch Gedanken macht. Wenn ihr jetzt schon gesagt habt, hey, es reicht für mich, ich weiß, was ich brauche, dann könnt ihr jetzt, wie gesagt, in meinem Video auf diesen Link klicken in der Videobeschreibung. Das heißt unten öffnen, Videobeschreibung klicken, den Rabattcode eingeben, den werde ich auch immer anpassen, damit ihr hier einen Preisvorteil bekommt. Und ihr könnt es hier zum vergünstigten Preis bestellen. Und damit ihr seht, dass es auch funktioniert, das heißt, ich klicke hier einfach drauf, es öffnet sich hier die Version. Wir sagen mal, ihr wollt die Premium-Version dann nehmen, packt sie in den Warenkorb, könnt hier auf Gutscheincode klicken, und gebt dort, in dem Fall Sommer 2019, eindrückt auf Code einlösen. Und ihr seht hier, wir bekommen hier 25,80 Euro Rabatt, nur dadurch, dass ihr auf meinen Link geklickt habt und diesen Code eingegeben habt. Also falls ihr schon wisst, was ihr wollt, so wisst ihr, wie ihr es günstiger bekommt. Dann schauen wir uns jetzt hier mal die einzelnen Funktionen in der Übersicht an. Das Erste, was wir sehen, sind hier die Anzahl der Multimedia-Spuren, also der Anzahl der Spuren in der Videobearbeitung, die ihr übereinanderlegen könnt. Warum ist das spannend? Falls ihr damit noch nicht so viel gemacht habt, ganz kurz, also ihr legt verschiedene Spuren übereinander. Und wenn ihr jetzt Bilder habt, die ihr über ein Video legen wollt, oder einzelne Objekte, wie Texte oder sonst was, das wird immer in einer separaten Spur behandelt. Genauso kann es sein, dass ihr die Audio-Elemente, also verschiedene Töne, hinterlegte Musik oder euer gesprochenes Wort, wie jetzt mein Wort, das liegt alles in einer separaten Spur. Und somit kann es sein, wenn ihr sehr viel gleichzeitig macht, oder ihr habt ein langes Projekt, wo ihr für jede Spur eine bestimmte Art von Objekt über die gesamte Dauer des Videos halten wollt, kann es sein, dass ihr irgendwann in eine Begrenzung kommt. Und hier ist die Begrenzung für diese kleinste Version Videolux eben bei 32 Spuren, die ihr parallel nutzen könnt. Und wenn ihr sagt, hey, ich will schon ein bisschen mehr machen, dann ist auch hier die Entscheidung schon getroffen, dann solltet ihr auf jeden Fall schon zur Plus-Version kommen. Flexibles Spurhandling ist auch ziemlich cool, denn wenn ihr viele Spuren habt, könnt ihr hiermit sehr schön Spuren ausschneiden, kopieren, zwischen den Spuren eine weitere Spur hinzufügen, könnt die farblich markieren und somit euer ganzes Projekt auch optisch strukturieren, so dass ihr sagt, hey, das ist die rote Spur, das ist eine wichtige Spur, die ist grün, die ist gelb und könnt somit eben, gerade wenn ihr viele, viele Sachen macht, einen besseren Überblick behalten. Hier über die erweiterte Farbkorrektur haben wir gesprochen, das war auch ein Unterschied. Dann gibt es hier noch Unterschiede in der Keyframe-Bearbeitung. Also Keyframe sind letztendlich Markierungspunkte, wenn ich in einem Video eine Bewegung von einem Objekt machen will. Dann sage ich, okay, das Objekt soll hier in dieser Position des Videos starten, zum Beispiel unten auf der linken Seite. Bei der Sekunde 1 soll es hier unten links sein, bei Sekunde 5 soll es hier in der Mitte sein, und bei Sekunde 10 soll es wieder hier in der rechten Ecke sein und dann würde quasi das Objekt, während die Sekunden ablaufen, in die Mitte des Bildschirms laufen und dann wieder rechts nach unten. Das ist Keyframing, mal ganz einfach erklärt. Und hier habe ich eben mehr Möglichkeiten, die Keyframes zu bearbeiten. Das Nächste, wenn ihr zum Beispiel Videos mit Musik untermalen wollt, gibt es hier auch einen taktbasierten Videoschnitt. Das heißt, dann könnt ihr mit einer einfachen Art, zum Beispiel immer, wenn ein bestimmter Takt in einem Lied zum Beispiel kommt, dass immer da zwischen zwei Bildern oder zwischen zwei Videosequenzen genau ein Schnitt passiert. Und das könnt ihr hiermit sehr viel einfacher machen, weil ihr nicht schieben müsst bis zum jeweiligen Takt, sondern könnt einfach, wenn der Takt kommt, per Mausklick klicken und dann setzt er automatisch für euch den Schnitt. Ähnlich ist es auch mit der Rastermarkierung. Das würde dann hier bei Überblendungen der Fall sein. Gut, dann kommen wir zu den dynamischen Titelvorlagen. Also das sind einfliegende Überschriften oder Titel, die vor einer Videosequenz zum Beispiel kommen, sagen wir, ihr verreist irgendwo hin und dann habt ihr den Ort oder irgendwas in der Art wollt ihr dann grafisch einfliegen lassen. Dann wird der Text einfach nicht nur als Text eingeblendet, sondern der fliegt in so einer Wellenform zum Beispiel rein oder setzt sich zusammen oder fliegt wieder auseinander oder sowas. Und dafür gibt es eben hier diese Titelvorlagen, die auch nur bei der Plus- und bei der Premium-Variante enthalten sind. Diese Reiseroutendarstellung, das, wie gesagt, in dem anderen Video ist das schön auch grafisch gezeigt. Eine wichtige Sache, wenn ihr langsame Systeme habt, ist dieser Proxy-Videoschnitt. Das sorgt dafür, dass ihr das Videomaterial, was ihr reinladet in euer Programm, erst mal kleiner gerechnet wird. Das heißt, das dauert am Anfang ein bisschen, bis euer System das umrechnet. Aber dann habt ihr während dem Bearbeiten nicht die ganze Last, um das große Element, was ihr importiert habt, zu bearbeiten, sondern ihr bearbeitet sozusagen eine kleinere, nicht so gut aufgenommene Version eures Videos. Dafür könnt ihr es aber flüssig abspielen lassen während dem Bearbeiten. Und natürlich, wenn ihr das Ganze wieder exportiert, dann nehmt ihr natürlich die Original-Videodatei mit der hohen Auflösung, sodass ihr auch ein super Endergebnis rausbekommt. Also auch da, wenn ihr einen langsameren PC habt, dann nehmt auf jeden Fall die Plus-Version oder höher, um hier mit diesem Proxy-Videoschnitt zu arbeiten. Gerade im Bereich mit 4K-Videos und einem etwas älteren System werdet ihr nicht glücklich werden. Das heißt hier auf jeden Fall Proxy-Videoschnitt mit der Version Plus oder höher. Dann gibt es einen automatischen Look-Abgleich, wenn ihr zwei Sequenzen habt von einer ähnlichen Lokation, die aber, weil die Kamera vielleicht verstellt war, auch einen anderen Farbraum darstellen, farblich. Das heißt, das eine wirkt vielleicht ein bisschen gelblich mit einem warmen Licht, das andere mit einem blauen, kühleren Licht. Dann könnt ihr hier versuchen, automatisch den Look des einen Videos auf das andere Video zu übertragen, sodass die Sequenzen trotzdem ähnlich aussehen. Das hilft sehr viel, weil ihr nicht für jedes Video oder für jeden Schnipsel einzeln die Farbwerte schieben müsst. Dann, wir hatten es kurz gesagt, 360-Grad-Videos, auch da keine Chance mit der kleinen Version, also auch hier ab der Plus-Version starten. Ihr habt mehr Einstellungsmöglichkeiten bei Blenden etc. Also da könnt ihr viel mehr Einzeleffekte oder Teile der Effekte verändern, sodass es genau euren Bedarf trifft. Ihr habt einen HDR, also High Dynamic Range, also einen Hochkontrast-Bild-Effekt, den ihr nutzen könnt, sodass die Ausleuchtung verschiedener Bereiche des Bildes oder des Videos in dem Fall dargestellt beziehungsweise ausgenutzt wird. Also diesen Effekt gibt es auch nur ab der mittleren Version. Ihr habt ja auch den Filmassistent, also fertige Vorlagen eines Filmablaufes, die ihr einfach dann mit Drag & Drop mit einzelnen Filmschnipseln füllen könnt, sodass ihr dann so eine Art vorgefertigtes Drehbuch und ihr fügt halt die einzelnen Sequenzen einfach nur mit rein. Die Übergänge und alles Mögliche sind schon fertig. Also da kann man es sich auch vielleicht ein bisschen einfacher machen für den einen oder anderen Film. Auch das ist hier bei der mittleren Version mit drin. Multicam-Editing habe ich eben schon kurz erklärt. Dann Fischei-Korrektur. Das kann unter Umständen auch sehr wichtig sein. Wenn ihr zum Beispiel eine Aufnahme von einer Action-Cam oder sowas habt, die eventuell durch die Linsen-Krümmung ein verbogenes Bild, sage ich mal, darstellt. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also wie so durch so ein Fischauge so gewölbtes Bild, in dem die Proportionen nicht so ganz passen. Das könnt ihr eben hier automatisch mit korrigieren lassen. Und noch ein Punkt, der gerade für langsamere Hardware interessant ist, ist hier das Vorschau-Rendering. Das heißt, normalerweise müsst ihr bei einem großen Projekt oder in einem Projekt, wo ihr hochauflösendes Material habt und ihr könnt während der Bearbeitung nicht ordentlich sehen, ob das Videomaterial mit dem Effekt was geworden ist, weil es zum Beispiel ruckelt, weil das System einfach zu langsam ist. Dann könnt ihr hier durch Vorschau-Rendering bestimmte Bereiche schon mal vorher berechnen lassen. Und ihr müsst nicht den ganzen Film exportieren, um das ganze Ergebnis zu sehen, sondern könnt einfach nur diesen einen Bereich, den ihr bearbeitet habt, schon mal berechnen lassen, könnt es abspielen und könnt dann entscheiden, ob ihr noch was verändert oder ob ihr es so lasst. Dann kommen wir hier zum Bereich Bildschirmaufnahme. Also das war so mein Grund, warum ich direkt auf die Premium-Version gewechselt bin, dass ich eben hier so Screen-Recordings wie das hier gerade automatisch im System habe. Das gibt es auch nur mit der größeren Version. Und neben den Plugins hier unten, wir sehen es klar, das gab es dann nur bei der Premium-Version. Das ist das, was die beiden Versionen unterscheidet. Haben wir eh noch so ein paar Sachen im Bereich Export, aber da könnt ihr sicherlich selbst schauen, was für euch hier das Richtige ist. Okay, jetzt habt ihr hier gesehen, welche Funktionen alle zwischen den drei verschiedenen Magix Video Deluxe Produkten möglich sind. Ich habe euch versprochen, es gibt auch noch die Version Pro X und ich möchte das Video hier nutzen, um auch damit nochmal einen Vergleich zu machen. Und zwar haben wir hier den Vergleich zwischen der Video Deluxe Premium-Version und dieser Video Pro X-Version. Aktuell ist es auch sehr spannend und ich muss auch sagen, dass die Magix-Seite aktuell hier nicht korrekt ist, denn einige Funktionen sind jetzt in die neue Version von Deluxe Premium reingekommen, die hier noch als nicht vorhanden genannt werden. Ich werde hier jetzt nicht auf jedes kleine Detail eingehen, weil ich ja schon die Hauptunterschiede eigentlich im Groben genannt habe. Aber ich möchte euch kurz zeigen, warum es eigentlich momentan sehr günstig ist, die Video Deluxe-Variante zu nehmen. Wir haben Schneiden und Trimmen, Vegas Bildstabilisierung, die Schriftarten, die Plugins und auch Travel Maps, diese Reisenrouten-Animationen, die werden hier alle als nicht vorhanden gekennzeichnet. Das jetzt aktuell noch auf der Webseite falsch ist, denn diese Funktionen hier, an denen neu steht, sind auch alle in Video Deluxe Premium 2020 mittlerweile enthalten. Wo es Unterschiede gibt, ist dieser Einzelmonitor zum Überblicken meines Videomaterials und hier zwei Monitore nebeneinander, in denen ich sehen kann, wie sah es vorher aus, wie sieht es dann aus nach der Bearbeitung. Bei diesem Multicam-Editing mit mehreren Kameras gleichzeitig kann ich hier bis zu vier Kameras nutzen und hier eben bis zu neun. Im Bereich Color Grading und diese LUTs, wie gesagt, da ist der große, große Unterschied. Ich kann hier auch diese LUTs einzeln importieren, bearbeiten, exportieren etc. Also das ist in der Video Pro X-Version auf jeden Fall eines der größten Vorteile. Vorteile, also falls ihr viel mit Farbkorrektur und Co. machen wollt, dann ist hier Video Pro X sicherlich eure Wahl. Was auch noch drin ist, hier MIDI-Support, falls ihr da mit Audio arbeitet, dann, das ist natürlich auch deutlich spürbar, die Ausnutzung von Grafikkarten-Performance im Vergleich, da ist Video Pro X eben auch anders konfiguriert. Wir haben hier eine 6K-Unterstützung und bei Video Deluxe Premium, wir haben es eben gesehen, maximal 4K-Aufnahmen und im Bereich High Dynamic Range Aufnahmen ist Video Pro X auch, weil es eben in die Richtung Profi-Tools geht, einfach eine Ecke weiter. Okay, das soll es jetzt mit den Funktionen aber auch gewesen sein, das jetzt nur im Schnelldurchlauf. Ihr könnt euch die Liste natürlich selbst nochmal anschauen, falls das euch nicht gereicht hat, aber ich denke, es gibt einen ganz guten Überblick, welche Version welche Funktion bietet. Okay, und jetzt liegt es eben an euch, wie ihr euch entscheidet. Falls das Video geholfen hat, euch hier für die richtige Video Deluxe-Version zu entscheiden, dann empfehlt es doch gerne weiter, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal mit der Glocke, damit ihr keines meiner weiteren Videos verpasst. Interessieren euch weitere Themen rund um Magix Video Deluxe, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ich freue mich da auf jeden Hinweis und freue mich, wenn ich helfen kann. Und auch, falls ich hier irgendwas falsch erklärt haben sollte, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, damit ich es beim nächsten Mal richtig machen kann. Also sucht euch hier die passende Version aus und nutzt auf jeden Fall den Link in meiner Beschreibung mit dem passenden Rabatt-Code, um eben hier bis zu 20% Rabatt nochmal von dem Preis hier abzuziehen. Und das gilt übrigens auch, wenn ihr ein Update von der alten auf die neue Version zum Beispiel macht. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit dem Video erstellen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!